Südtirol nach den Wahlen. Was nun? Nach Wochen der Verhandlungen und einem Hin und Her hat Südtirol endlich eine neue Landesregierung. Erno Kompatscher ist zum dritten Mal ein Hauptmann und in seinem Team ist erstmals auch eine deutschsprachige Politikerin, die nicht der SVP zugehörig ist. Willkommen zu einer neuen Folge des Toll-Podcasts Südtirol nach den Wahlen. Was nun? Ich bin Arnold Zorc und habe die langjährige Parade Oppositionelle Uli Mayer von den Freiheitlichen bei mir zu Gast. Schönen guten Nachmittag. Frau Mayer, mehr als 20 Jahre in der Opposition und jetzt als Landesrätin direkt an den Machthebeln sozusagen. Haben Sie sich schon an diese neue Rolle gewöhnt? Sagen wir so an die Rolle unter Anführungszeichen, denn eines möchte ich immer bleiben, authentisch und keine Rolle spielen oder eine Rolle einnehmen. Aber ich habe dann doch gestaunt, wie schnell man in dieses neue Leben katapultiert wird, wie schnell einem auch dieser ganze Korb an Verantwortung, den man aufgeschultert bekommt, spürt. Und ja, ich glaube schon, dass ich jetzt angekommen bin. Was ich mich noch nicht ganz, woran ich mich noch nicht ganz gewöhnt habe, ist dies, wenn ich auf der Straße bin, dass Leute mich mit Frau Landesrätin begrüßen. Daran muss ich mich noch gewöhnen, das fühlt sich noch etwas eigen an. Aber Leute, die Sie bisher beklatscht haben, weil Sie ziemlich kritisiert haben auch die Dinge, benehmen Sie sich jetzt anders Ihnen gegenüber? Nein, eigentlich nicht. Also ich spüre derzeit einen ganz großen Rückhalt von Seiten der Bevölkerung, sei es von eigenen Wählern, sei es auch von vielleicht kritischen Menschen mir gegenüber. Es ist eine Hoffnung da. Also zumindest empfinde ich das so, weil es mir gegenüber so entgegengebracht wird. Eine Hoffnung auf Veränderung, eine Hoffnung in bestimmten Bereichen den Stillstand der letzten Jahre zu beenden. Gerade in meinen Agenten, was das leistbare Wohnen auch anbelangt, auch Schwierigkeiten beim Wobi oder auch bei der Sicherheit, Gewaltprävention. Das sind so Themen, mit denen man mich sehr wohl gut in Verbindung bringt und wo auch durchaus Menschen, Kollegen, Bekannte aus anderen Parteien auch zu mir kommen, mich auch kontaktieren und so weiter. Und ich glaube, dass das vor allem mein Weg sein wird. Diese Agenten kann ich nur dann gut ausüben, wenn ich viel Netzwerkarbeit betreibe. Und das ist für mich etwas Neues. Und ich finde es derzeit richtig spannend, muss ich sagen. Aber haben Sie Angst, diese Erwartungen zu enttäuschen? Weil in der Opposition kann man ja kritisieren, aber jetzt in der Regierung muss man ja dann auch liefern. Ich glaube, dass mir da die 20-jährige Erfahrung in der Opposition schon ein wenig zugute kommt. Klar, eines ist in der Regierung, Dinge kritisieren, das gehört auch dazu. Und etwas anderes ist dann, effektiv Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber ich glaube, das hängt von einem selbst ab, wie man auch kommuniziert. Ich habe mich von Beginn an zurückgehalten mit Ankündigungen. Denn ich glaube, dass das fatal ist, wenn Politiker immer wieder etwas ankündigen und es dann nicht einhalten können. Deswegen mein Credo und mein Motto ist, dass ich mich in bestimmten Dingen zu Beginn gerade noch zurückhalte. Und um auch zu begreifen, was ist möglich, was ist vielleicht kurzfristig möglich, mittelfristig, langfristig, möchte ich mir da einen Überblick verschaffen und dann konkret natürlich auch an die Arbeit gehen. Aber ich glaube, alles in allem spielt da die Erfahrung zugute, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Sie waren ja immer bekannter für die Landesregierung und insbesondere die SAP mit herrschen Worten zu kritisieren. Und jetzt sind Sie plötzlich in einem Team mit diesen Personen. Wie gehen Sie damit um und wie gehen vor allem die SAP-Politiker mit Ihnen um? Ich glaube, dass gerade das an meiner Person auch geschätzt wird. Ich war immer offen und ehrlich. Also ich habe die Dinge nie schön geredet oder hinter dem Rücken geredet, sondern bin eine sehr direkte Person, habe mich natürlich im Laufe der Jahre auch, glaube ich, verändert im Sinne der Art und Weise, wie man Dinge kritisiert oder wie man Dinge auch anspricht. Das kommt mit dem Alter und mit der Erfahrung natürlich auch dazu. Ich nehme mir fest vor, auch heute noch, das war auch bei den Verhandlungen zum Koalitionsprogramm so, dass man Dinge, die einem nicht so gepasst hat, ganz offen und ganz klar anspricht. Nicht über die Medien, sondern den direkt betroffenen Personen selbst sagt. Aber ich glaube, was geschätzt wird, auch von den Menschen und Kollegen in der SVP, ist die Handschlagqualität. Also wenn eine Uli Maier Ja sagt, ist Ja. Wenn sie Nein sagt, ist Nein. Und zu diesem Wort stehe ich. Und wenn ich ein Versprechen gebe, dann werde ich alles daran setzen, dieses Versprechen auch einzuhalten. Ich bin nicht wankelmütig, sondern stehe, sei es zu meinem Wort, als auch zu den Entscheidungen, die ich dann treffe. Und ich glaube, dass diese Art von Handschlagqualität letzten Endes viel wettmacht, auch wenn man sonst vielleicht manchmal kritisch den Personen gegenüber war. Sie wollen sich also vom Amt der Landesräte nicht verbiegen lassen oder von der Macht nicht vernebeln lassen, sozusagen? Nein, also absolut nicht. Und das ist mir selbst, das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch schon gemerkt, extrem wichtig, dass ich mich selbst nicht verliere in diesem ganzen Stress natürlich zu Beginn. In dieser ganzen Vielfalt auch an Themenpaletten, an Kontakten, an Terminen, die auf einen hereinprasseln. Ich glaube einfach, dass der aufrichtige Gang und der aufrichtige Weg und der ehrliche immer noch der beste ist. Und so möchte ich bleiben, sei es mit den Bürgerinnen und Bürgern als auch mit meinen Kollegen in der Regierung, aber auch mit der Opposition. Ich habe auch mit der Opposition schon einige Erlebnisse jetzt gehabt, wo sie, glaube ich, schon verstehen, dass ich dem treu bleibe, wie ich auch vorher war. Wenn ein Antrag kommt, wo ich gebeten werde, ob ich diesen mit unterzeichne, dann informiere ich mich bei meinen Ämtern, gebe vielleicht dann diese Rückmeldung, dass leichte Abänderungen notwendig sind, weil der Antrag fehlerhaft ist. Und dann stehe ich auch zum Wort und werde diese Geschichten mittragen. Und so denke ich, dass das der ganzen Politik gut tut, dass jemand auch in der Regierung sitzt, der gerade so viel Erfahrung in der Opposition hat und irgendwo auch den Spagat immer wieder herstellt zwischen Regierung und Opposition. Denn alle 35 Abgeordneten im Südtiroler Landtag wollen ja das Beste für die Menschen im Land, für Südtirol, jeder auf seine Art und Weise. Und ich glaube, den Menschen draußen ist es egal, von wem ein Vorschlag kommt. Wichtig ist, dass gearbeitet wird und dass zum Wohle der Menschen gearbeitet wird. Sie haben davor den Stress angesprochen. Wahrscheinlich ist die Freizeit jetzt drastisch weniger geworden. Warum tut man sich so etwas an? Die Politiker sind ja heute nicht mehr so angesehen wie noch vor 20 Jahren etwa. Es wird gebügelt in den sozialen Netzwerken. Warum tut man sich so etwas an? Ja, das bekomme ich derzeit wirklich nicht mit. Die Böbeleiden oder die sozialen Netzwerke, da habe ich derzeit echt keine Zeit dafür. Das staune ich selbst, wie wenig ich derzeit online bin, so quasi. Aber das geht nicht, wenn man permanent mit Menschen zu tun hat, dann hat man nicht das Handy in der Hand. Warum man sich das antut? Weil man schon überzeugt davon ist, erstens einmal vom Programm, das wir ausgearbeitet haben. Und überzeugt davon, dass es möglich ist, wenn sich jeder an die eigene Brust klopft und vielleicht Befindlichkeiten hinten anstellt. Und das Gemeinsame in den Vordergrund stellt, dass es möglich ist, Veränderung herbeizuwirken und auch gut für die Südtirolerinnen und Südtiroler zu arbeiten. Also mein Credo ist wirklich das Programm, das uns gelungen ist, auszuarbeiten. Das Programm ist gut, kann sich sehen lassen, trägt freiheitliche Handschrift. Und allein dafür lohnt es sich zu kämpfen und wirklich in der Hoffnung, dass wir gerade in unseren Agenten, aber auch in allen anderen Themenbereichen, wo unsere Handschrift vorkommt, eine bessere Politik machen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Sie sprechen von der freiheitlichen Handschrift. Kommen wir zu Ihrer Partei. Bei den freiheitlichen lief ja in den letzten Monaten nicht immer alles glatt. Also das Abschneiden bei den Wahlen war eher mau. Oh, die damalige Obfrau Sabina Zoder ist zurückgetreten, auch Andreas Leiter-Reber ist aus der Mehrheit ausgetreten. Trotzdem sitzen die freiheitlichen nun in der Regierung. Gäbe es die freiheitlichen sonst vielleicht gar nicht mehr? Wenn was wäre? Wenn man jetzt nicht in der Regierung sagt, hätten Sie sich aufgelöst, glauben Sie? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn Andreas Leiter-Reber zu Beginn gesagt hätte, ich gehe nicht, also wenn wir in die Regierung gehen, bin ich weg, dann glaube ich, hätte es keine Koalitionsverhandlungen mit uns gegeben. Dann hätte man von Beginn an der SVP sagen können, sucht euch einen anderen Partner, danke für das Angebot. Aber es war ja so, dass wir die Sondierung gemeinsam beschlossen haben. Wir gehen zu diesem Sondierungsgespräch hin. Bei diesem Sondierungsgespräch war ganz gleich ersichtlich, dass es sich um ein komplett anderes Gespräch gehandelt hat als noch 2018. Da war es mehr so ein Höflichkeitsbesuch. Diesmal war es schon viel konkreter. Dann hat es sich nach ein paar Wochen abgezeichnet, dass wir der Verhandlungspartner sind. Also hat sich die Partei wieder zusammengesetzt. Jeder hatte seine Bauchschmerzen. Ich hatte die Bauchschmerzen mit der Südtiroler Volkspartei, Kollege Leiter Rebermehr mit Fratelli d'Italia. Jeder hatte seine Wehwehchen. Aber wir haben trotzdem gesagt, es kommt jetzt darauf an, wie gut wir in den Verhandlungen sind und ob es uns gelingt, tatsächlich ein Programm zu erarbeiten, wo freiheitliche Handschrift ganz klar ersichtlich ist. Nur so zum Nulltarif wird es uns nicht geben. Und das ist uns gelungen. Und die Dinge sind dann gelaufen, wie sie gelaufen sind. Und ich kommentiere das auch nicht mehr weiter. Ich bedauere das zutiefst, weil es eben, vielleicht waren wir da in zwei unterschiedlichen Sphären auch schon unterwegs. Auf der einen Seite spüre ich wirklich die große Verantwortung. Auch das Versprechen, das wir abgegeben haben. Und ich bedauere, dass man bereits zu Beginn das Handtuch wirft. Wegen der Vorkommnisse im Regionalrat. Das ist für mich... Das heisst ja immer, Sie und Andreas Leiter Reber hatten ein menschliches Problem. Ist das so? Nein, das wird uns immer angedichtet. Wir haben beide sicherlich unterschiedliche Art und Weisen auch Politik zu machen. Aber zwischen menschlich und zwischen uns würde ich jetzt absolut nicht sagen, dass es da Schwierigkeiten gegeben hätte oder schwierig ist. Wir sind unterschiedlich. Aber ich glaube, dass das im Grunde genommen in der Politik auch keine Rolle spielt. Also es müssen sich nicht nur Best Friends zusammentun. Und ich glaube, dass da auch ganz viele Cityroller noch ein bisschen so in der Vergangenheit nachhängen, weil es halt früher einmal so war, dass Bius Leitner, Uli Mayer, Sigmar Stocker, auch ein Roland Dinghauser... Wir waren so ein eingeschweißtes Team. Aber das muss nicht bedeuten, dass es immer so sein muss. Wichtig ist, dass man die Grundsätze der Partei hochhält. Dass man für das, was die Freiheitlichen immer gestanden sind, auch in der Realität dann lebt. Und ich glaube, das haben wir beide getan, auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich mache jetzt halt alleine weiter, notgedrungen. Fein ist es nicht, weil es auch, zumindest hatte ich das am Anfang so ein bisschen das Gefühl, meine Position in der Regierung schwächt. Ich habe damals dann auch meinen Rücktritt angeboten in der Regierung. Aber das wurde abgelehnt, weil alle nach wie vor daran glauben, dass es eben sehr wohl möglich ist, auch mit 18 weiterzumachen. Und für mich ist es so ähnlich, wie es auch Andreas gesagt hat, nur sehe ich es ein bisschen anders. Aber es muss ja unser Ansporn sein. Es sind auch 19 Abgeordnete, es sind keine übergroße Mehrheit. Und es muss der Ansporn sein, dass wir als Regierung so gut arbeiten, dass immer wieder auch jemand von der Opposition begeistert ist. Nicht, dass man ihn herholt so, weil es halt um Gefälligkeiten geht, sondern aus Überzeugung auch mitstimmen kann. Sie sind also überzeugt, dass eine Regierung mit so einer knappen Mehrheit Bestand hat? Kann funktionieren. Es wird sich dann zeigen, ich habe nicht die Glaskugel vor mir, aber es kann funktionieren. Ein Landeshauptmann zum Beispiel wird ja erpressbar, wenn nur 18 Personen in der Mehrheit sind und einer fehlt, dann kann er sagen, ich verlange das, damit ich dafür stimme lassen. Das wird sich dann zeigen. Natürlich wird das jetzt so kolportiert, aber mit 19 wäre es auch nicht viel besser. Also die Befindlichkeiten auch innerhalb der SVP, ich glaube, das muss die SVP regeln. Wovor ich schon warne, und das gilt auch jetzt für meinen Kollegen, aber grundsätzlich, die Zeiten sind wirklich vorbei, in denen sich Politiker erlauben können, aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten zu agieren. Wir werden gut bezahlt. Sie meinen jetzt die SVP? Ich meine generell, das, glaube ich, trifft für viele Politiker zu. Es geht wirklich nicht an, dass angesichts der Probleme, die die Menschen im Alltag haben, dass sich Politiker leisten, zu schmolden oder aus persönlichen Befindlichkeiten Dinge bewusst jemanden anzutun oder etwas zu Fleiß zu tun oder, also Kindergarten sind wir keiner und wenn manchmal so negative Schlagzeilen, die auch berechtigt sind, über den Landtag, über die Politik kommen, dann ärgert es mich, weil viele Dinge sind ausgemacht und die dürfte es eigentlich gar nicht geben, denn jeder von uns kann offen reden. Und wenn Dinge nicht geklärt werden, wenn Dinge nicht ausgesprochen werden, dann, glaube ich, eben staut sich so etwas an, aber das entschuldigt keine Schnellschüsse oder Handlungen, die für die Menschen nicht nachvollziehbar sind. Sie haben davor das eingeschweißte Team der freiheitlichen Uli Mayer, Biers Leitner, Sigmar Stocker angesprochen. Jetzt hat der ehemalige freiheitliche Notman Walter Blas in einem Interview gesagt, Biers Leitner sieht immer noch die Fäden im Hintergrund und alles, was diesem Trio nicht passt, der wird veräumt sozusagen, Jan Reis Leiter-Rewer. Bitte zwingen Sie mich nicht, diesen Namen in den Mund zu nehmen und ich kommentiere diese Person auch nicht. Ich war überrascht, wie er zu solchen Aussagen überhaupt kommt. Er hat null Tau. Es war gerade dieses Team, der eigentlich damals ihn nach meinem Rücktritt zum Obmann gemacht hat, unter Anführungszeichen, wenn man, also die Parteibasis hat ihn gewählt, er hat noch einen Haufen Schulden und deswegen spricht das eigentlich für sich. Also ich kommentiere diese Aussagen dieser Person nicht. Es kommen ja mehr zu Ihren Kompetenzen. Sie sind ja immer für mehr Sicherheit und einer kontrollierten Einwanderung eingestanden. Was wollen Sie nun diesbezüglich ändern? Oder was muss getan werden in Südtirol? Ganz klar, für eine kontrollierte Einwanderung stehe ich nach wie vor, sage aber auch ganz klar, dass wir leider keine Kompetenzen diesbezüglich haben. Das ist so. Da bringt es auch nichts, wenn man Stammtischstimmung macht und Dinge behauptet, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben hier wenig Handhabe. Was die Sicherheit anbelangt, liegt die Kompetenz auch beim Staat. Aber nichtsdestotrotz haben wir Spielräume, die wir besser nutzen müssen. Und da geht es vor allem darum, dass wir sowohl die lokalen Polizeikräfte wie auch jene der Staatsorgane besser koordinieren können. Wir können sie ermuntern, motivieren, dass sie sich untereinander auch besser abstimmen, dass wir sie unterstützen, auch finanziell unterstützen. Das werden dann sie uns sagen, ob das die Taser sind, ob das sonstige Infrastrukturen oder Ausrüstung ist. Was wir angehen möchten, ist natürlich auch eine bessere Ausbildung unserer Lokalpolizei, auch ein einheitliches Berufsbild der Lokalpolizei und dass wir eben hier investieren. Und dann natürlich, wo wir schon viel machen können, ist der gesamte Bereich der Prävention. Und hier ist es unserer Meinung nach wichtig, dass man auch hier jetzt einmal evaluiert, was gibt es alles bereits, was läuft gut, was läuft weniger gut, wo soll man vielleicht auch neue Wege gehen. Und was ganz wichtig war aus unserer Sicht, dass es auch ins Koalitionsprogramm hineingeschrieben wird, dass wir endlich damit auch beginnen, von integrationsunwilligen Jugendlichen auch zu sprechen und dass wir versuchen, auch bei den älteren Häusern anzusetzen, dass Prävention nicht nur mit den Jugendlichen funktionieren kann, wenn dann die Elternhäuser nicht mittun und nicht dabei sind und gar nicht informiert sind, sondern wir müssen wirklich die Probleme an der Wurzel anpacken und irgendwann auch einmal Konsequenzen. Also ich glaube, dass es für manche Daten Konsequenzen gibt. Und auch hier die Netzwerkarbeit, die ich schon zu Beginn angesprochen habe, nicht nur mit Streetworkern, mit Sozialdiensten, sondern wir werden auch zahlreiche Gespräche mit Staatsanwaltschaft, mit Jugendstaatsanwaltschaft führen müssen. Das muss Hand in Hand gehen. Wenn man sich die tagtäglichen Meldungen anhört, dass Südtirol Städte zum Beispiel im Iran hat, hat Südtirol ein Sicherheitsproblem? Ich glaube schon. Also es gibt Hotspots und bestimmte Bremspunkte, wo wir auch sehr problematische Zustände haben. Es kann nicht sein, dass bei uns Veranstaltungen nicht mehr gemacht werden, weil die Sicherheit nicht garantiert werden kann oder dass es nach Veranstaltungen immer wieder zu Problemen kommt oder dass grundsätzlich, ob es junge Menschen sind, aber auch ältere Menschen, ihren Lebensalltag ändern, vielleicht abends nicht mehr weggehen oder wenn sie keine Gefahrgelegenheit haben, nicht weggehen und so weiter, weil das das Sicherheitsgefühl einfach abgenommen hat. Das sollte es eigentlich im Jahr 2024 nicht geben dürfen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem auch. Wir haben 20 Jahre lang wehgeschaut. Wenn man gewarnt hat vor bestimmten Auswirkungen, dann hat man gleich das Etikett des Rassisten und des Rechtsextremen und was weiß ich was alles bekommen. Und es wird jetzt natürlich schwierig sein, Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden und auch Untätigkeit jetzt in kurzer Zeit wehtzumachen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, auch im Bereich der Sicherheit, der ein komplexer und schwieriger ist. Wir kennen die Staatsorgane, die haben eine bestimmte Sensibilität. Wir sind nicht weisungsbefugt und nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass wir Akzente setzen können zum Wohle unserer Bevölkerung. Sie waren ja früher eher dafür bekannt als Sieb Poltern, gegenüber der Landesregierung. In den vergangenen Jahren ist Ihre Wortwahl oder Kritik eher sachlicher geworden, die Wortwahl milder. Was hat diesen Wandel ausgelöst? Ich denke zu meinem Alter, der Reifeprozess, der Werdegang. Und weil man irgendwann halt auch zumindest ich für mich verstanden hat, wenn ich bestimmte Bürgeranliegen habe und diese weiterbringen möchte, dann ist es vielleicht weniger klug, wenn ich jeden Tag mit dem ausgestreckten Bein einem Landesrat ins Gesicht springe, wenn ich von ihm dann möchte, dass er mir vielleicht bei diesem Anliegen behilflich ist. Das wird vielleicht ein weniger schlagzeilenorientierte Politik sein, schlägt sich dann natürlich auch auf das Wahlergebnis nieder, das ist klar. Aber ich habe, glaube ich, grundsätzlich, ich bin meiner Linie, meinen Themen immer treu geblieben, aber habe halt die Art und Weise des Politikmachens auch ein wenig verändert. Und ja, vielleicht wirklich die Anliegen von bestimmten Personen in den Vordergrund gestellt und wirklich versucht, auch diese Probleme zu lösen, anstatt mit irgendeiner Schlagzeile auf einer Titelseite zu sein. Sind Sie überzeugt davon, dass diese Mehrheit fünf Jahre halten wird? Ja, bin ich nach wie vor. Sonst müsste ich es gleich lassen. Ich hoffe, dass alle so denken in der Regierung wie ich. Und das ist bisher auch der Fall. Das ist ja eigentlich das Interessante, dass wir in der Regierung ein gutes Klima haben, ein gutes Miteinander haben, dass alle überzeugt vom Programm sind und wirklich auch den großen Wunsch haben, Dinge voranzubringen und zu verändern. Und ich hoffe, dass diese Motivation und dieses positive Denken letzten Endes auch auf andere überschwappt und auch andere Kollegen nicht nur jetzt in der eigenen Mehrheit, aber auch in der Opposition merken, dass es funktionieren kann, wenn man grundsätzlich vielleicht den Zugang und die Art und Weise auch Politik zu machen ein wenig verändert. Es wird sich nicht spielen, dass eine Mehrheit mit 18 Mitgliedern arrogant und präpotent auftritt. Also ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Diese Zeiten waren aber auch vorher schon vorbei mit dem 22. Oktober. Also ich glaube, wenn man sich das Wahlergebnis vor Augen hält und analysiert, dann sind bestimmte Machenschaften, auch bestimmte Art und Weisen, wie Politik in Südtirol viele Jahrzehnte lang verstanden wurde, einfach abgestraft worden. Und ich glaube, im Sinne einer Neuerung tut das auch gut und es kann funktionieren. Also die SVP hat ihre Leine gemacht, sozusagen verloren. Ja, also 2013, ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal vor 20 Jahren in den Landtag gewählt wurde, dann glaube ich, war die SVP mit 23 Abgeordneten im Landtag vertreten. Und das ist wirklich eine potente Macht, die sich heute viele in der Opposition gar nicht mehr vorstellen können, was das bedeutet, mit einer solchen geballten SVP es zu tun zu haben. Und ich denke aber, dass einfach die Zeiten jetzt nicht mehr die sind, wie sie früher waren. Mittlerweile haben viel mehr Südtiroler, spüren die Probleme, das Land, die hohen Lebenshaltungskosten, das Wohnen, das für junge Menschen, für junge Familien überhaupt nicht mehr leistbar ist. Auch die ganze Sicherheitsdebatte, aber nicht nur, auch in den Schulen. Ich glaube, dass sich schon einiges eben an Problemfeldern, die heute anders wahrgenommen werden, als sie noch vor 20 Jahren, als wir vielleicht damit hausieren gegangen sind mit bestimmten Themen. Das war für viele noch nicht, das war vielleicht verfrüht und auch für manche zu früh. Aber heute werden wir von dieser Realität eben eingeholt. Und ich glaube, dass es hier eben wirklich Not tut und gut tut, dass hier jetzt Klarheit auch herrscht und ein neuer Weg gegangen wird. Frau Mayer, vielen Dank. Danke Ihnen. Frau Mayer kündigt also einen neuen Weg an und ist überzeugt davon, dass diese Mehrheit fünf Jahre halten wird. Ob das der Fall sein wird, wird die Zeit zeigen. Wir hören es in zwei Wochen wieder. Bis dahin bleiben Sie informiert. Wir hören es in zwei Wochen wieder.